agibuttmäh, 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 agibuttmäh .. Mädel leute, servus und herzlich willkommen zurück im neuen Jahr. ja es geht weiter ich habe einiges aufzuholen der dreck in man vom alten jahr vom 28 12 2020 den rennen wir uns heute rein und schauen wir mal mädel ich habe für eine sekunde gerade gedacht er hat ein dud aber ist doch nur die haarlöste die da oben noch festklebt herzlich willkommen zurück gebandrachen heute wieder mit dem dragon man das letzte mal dieses jahr voraussichtlich man muss dazu sagen der 28 war der letzte montag im jahr und er meint jetzt hier voraussichtlich also weiß ich nicht aber bei meinem kalender kam dann kein monday mehr im jahr 2020 das war der letzte ja wenn wir müssen jetzt noch mal gucken über das letzten endes umsetzen ich habe vor dieses jahr keinen dragon mann nehmen heute zähle ich mal letzten endes ich habe da irgendwie heute bock drauf ich mache mir hier mal so eine kleine strichliste so werden jetzt einmal letzten endes zack zu nehmen ich habe auch vor dieses ja gut es geht ja auch nicht weil es ist der letzte montag dieses jahr ich habe auch vor dieses jahr keine weiteren videos mehr aufzunehmen und auch keine streams mitzumachen dass die gründe dafür erfahrt ihr im lauf des videos den anblick hinter mir könnt ihr noch mal kurz genießen auch den werdet ihr dieses jahr das letzte mal sehen und auch im nächsten jahr vermutlich nicht wiedersehen genauer nein tragisch das finde ich eigentlich sogar ganz gut da muss ich mir nicht mehr dass da angucken wie dieses poster dahin gehangen wurde das triggert dass das ich möchte das nicht zwei poster einmal das mit der steckdose da rechts neben der tür dass ich möchte ich möchte ziehen die schon wieder puls kriegen gott mach weiter dazu aber in einem anderen video beziehungsweise eventuell später noch in einem anderen thema drei themen haben wir heute insgesamt ist der dragon mann der zwei themen kürzer als sonst zwei themen kürzer und acht minuten länger das liegt aber auch unter anderem daran dass es letzten endes nur noch ein kurzes zusammenfassungs video sein soll eben bezug auf meine eindrücke vom letzten jahr meine eindrücke dieses jahr und so weiter meine eindrücke dieses jahr das jahr ist doch noch gar nicht das neue hatte doch gar nicht angefangen als du das video gemacht hast oder hast jetzt aha er macht jetzt videos in der zukunft und wir sehen sie dann in der vergangenheit also hat er schon recht mit er plant videos für das vergangene jahr das wird immer interessanter ist doch irgendwo die zeitmaschine das stimmt schon irgendwo muss so sein woche jede woche tatsächlich ein bisschen von letzter und dieser woche was geplant ist was geplant war blablabla ende des jahres 2020 dazu ein bisschen von meinen persönlichen eindrücken und meine erfahrungen und so ein paar kleinigkeiten von 2020 ursprünglich wollte ich dazu noch ein kleines best aufmachen und so weiter auch ein bisschen im video noch zeigen ja aber da warst du zu faul für das kennen war ein paar beste sachen habe ich jetzt nicht mehr geschafft weil der dragon mann der heute noch raus muss aber ja für die zukunft muss ich mir das echt vornehmen dass ich das früher anfangen das ganze ich schimpfe ein bisschen auf die lange bank aber schlag anfall schon wieder aber das kennen wir ja schon die lange bank ist bei dir ziemlich lang ist glaube ich bei dir ein kreis und kommenden jahr wird so laufen dass ich meine hoffnungen und meine wünsche erzählen möchte fürs kommende jahr 2021 da werde ich auch unter anderem meine pläne euch erzählen dann fangen wir an mit der drachenlord woche aber erst nach dem intro ja das wird wie immer übersprungen so drachen dort mua ha 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 subscribe it nee danke weihnacht ist jetzt ja vorbei gott sei dank werden manche sagen andere werden sagen doch nö nicht schon wieder die füllerei ist vorbei füllerei wie dem auch sei spaß beiseite silvester ist das erste große ereignis im jahr 2020 ja das hat jedes jahr so an sich das silvester das letzte ereignis im jahr ist gut erkannt das jahr ist echt schnell vorbeigegangen haben viele zu mir gesagt wobei natürlich die sache ist dass das jahr selber nicht schneller vorbeigehen kann als sonst tatsächlich ist es wirklich so dass eben schlicht und ergreifend das jahr schnell vorbeigangen ist für die leute die schon älter sind und mehr erfahrungen im leben haben das ist zumindest zu meinem eindruck weil man nicht mehr so viele neue erfahrungen macht viele dann geht es aber eher langsamer für dich vorbei weil dann hast du ja nichts zu tun und lernst nichts neues und erlebst nichts neues wenn du alt bist also denke ich oder so stehe ich mir das vor abgesehen davon vergeht das ja theoretisch gesehen für jeden ja gleich die zeit ist ja dieselbe gefühlt ist es anders wenn du vorm klo stehst und unbedingt drauf muss und gerade ist einer drauf dann vergeht für den der auf dem klo sitzt und seinen spaß hat die zeit natürlich schneller und für dich der davor steht und unbedingt scheißen muss da ist so eine minute dann mal nicht so schön sagen wir mal jünger sind machen neue erfahrungen jederzeit nicht immer aber viele und umso älter man wird umso weniger neue erfahrungen macht man weil man eben schon viel gesehen hat und viel erlebt hat und deswegen erscheint einem das jahr kürzer weil eben mehr oder weniger die routine einkehrt vor allem sehe ich andersrum aber bisher auch ansichtssache die leute in meinem alter die zum teil schon kinder haben die nach jetzt muss er sich wieder als besonders alt hinstellen mit seiner erfahrung festen job haben die ein festes einkommen haben ja die leute haben ja auch was erreicht und das obwohl sie in im alter sind in diesem späten und besonders alten lebensjahren die auch mehr oder weniger geregelten alltag haben viele stehen morgens aufgehen zur arbeit kommen nach hause machen sich abendessen spielen mit den kindern machen irgendwas mit den kindern falls sie kinder haben ansonsten gehen sie vielleicht noch mit dem hund raus oder irgendwas legen sich ins betten das machen sie dann die ganze woche am wochenende gehen sondern ein bisschen feiern das ist dann mehr oder weniger so die bisschen diese routine die sich einkehrt und wenn man da nicht groß darauf achtet dann kann es schnell passieren dass von einem tag zum nächsten tag nicht wirklich viel zeit vergeht für einen was das gefühlte angeht gut aber ich schweife ab das gehört hier nicht hin viele haben mich gefragt drache wie sieht es denn aus hast du an weihnachten wenigstens jetzt deine ruhe gekappt die leute die mir auf snapchat folgen wissen nein es war vorhersehbar dass an weihnachten wieder viele idioten bei mir vor der tür stehen es war vorhersehbar dass wieder viel scheiße passiert es wird auch an silvester und so weiter passieren trotz ausgangssperre ein paar hater haben schon aufs maul gekriegt mehr oder weniger also nicht verbal ein quatsch verbal schon immer aber na klar verbal schon immer da sind sie schon verbal da liegen schon ein paar tote vor der tür also verbal zerstanzt zerlöchert durchsiebt wurden die schon nicht körperlich sondern dadurch dass sie wirklich mal mehrere hundert euro strafe zahlen mussten oder müssen jetzt denn mehrere leute die erwischt wurden nach 9 uhr da ja ausgangssperre ab 9 uhr ist wurden tatsächlich für 500 euro strafe gelangt das ist richtig lustig gewesen dazu zu sehen da habe ich meinen lacher gehabt da freut er sich besser gesagt da war der lacher auf meiner seite dieses mal wo er normalerweise eher gegen mich ist was mich an sich nicht stören würde wenn er sich aufs internet beziehen würde gut da sind wir auch schon bei einer aussage die ich noch treffen möchte und zwar im kommenden jahr wird es eine kleine regeländerung für mich persönlich geben die jetzt nicht auf euch bezogen ist und auf mich bezogen ist sondern mehr auf die allgemeine situation bezogen ist und die möchte ich hier noch mal deutlich sagen wer von meiner haustür steht egal ob es ein fan ist ein hater ist eine neutrale person ist jemand ist wenn ich euch nicht eingeladen habe und ich meine wirklich ausdrücklich eingeladen das bedeutet ich habe euch als individuum angesprochen habe gesagt hey frank hey hans wie auch immer ihr heißt keine ahnung in den namen anfügen kannst mich gerne besuchen kommen drinkt mal bier irgendwas wenn ich das nicht ausdrücklich zu euch als individuum gesagt habe dann seid ihr hier nicht willkommen seit für mich hater und seit für mich ab diesem moment komplett gestorben und wenn ich die wenn ich in der lage bin werde ich auch schauen dafür dass ihr wirklich probleme bekommt wenn ich irgendwie die möglichkeit dazu habe was ich teilweise nicht habe aber lebwohl paketzusteller von dhl tut mir leid postbote das war's für euch in diesem jahr seid ihr jetzt abschau hater der finalen stufe die verbal hingerichtet werden merkt euch das das war's darum geht es nicht also nur damit es noch mal klargestellt ist jeder der hierher kommt jeder nicht ausdrücklich eingeladen ist ist für mich ein hater punkt geplant war letzte woche der dragon monday und er ist gekommen und dann gab es auch noch den live stream bedeutet ja eigentlich auch dass sie dass die die polizei jetzt auch a hater ist obwohl die die leder ja eigentlich näher stimmt schon die leder ja regelmäßig ein mit marvin smithens an heiligabend auch der ist gekommen mehr war auch letzte woche gar nicht geplant für die kommende woche ist nichts mehr geplant außer dem dragon monday also das video hier weil ich möchte im kommenden jahr einige änderungen machen wie ich gleich noch erklären werde und da ist definitiv keine zeit mehr dafür dass ich auch noch groß irgendwelche videos jetzt dieses jahr mache denn fürs nächste jahr habe ich bereits skripte geschrieben ich habe bereits angefangen zu arbeiten an verschiedenen sachen und ideen und punkten habe auch einige leute die mir momentan mit ein paar effekten helfen also im moment ist wirklich die sache besteht momentan das wasser bis hier und garantiert garantiert das wasser steht ihr bis da wenn dann weiter bei dir rein regnet durch die fans ich habe nur noch so viel platz also deswegen wird dieses jahr nichts mehr werden auch mit livestreams nicht voraussichtlich ich möchte nie was ausschließen aber voraussichtlich neben den neuen video planungen fürs kommende jahr will ich auch sachen für mein haus machen ich will meinen gang oben und unten streichen habe mir schöne farbe überlegt schwarz es wird schwarz aber das würde das will er ja überall hin machen das hat er ja damals schon bei das heißt damals das erste monat her beim besuchsvideo von kevin gesagt dass da alles schwarz werden soll also ja tarnkappen schanze muss ich noch mit meinen mails abklären sonst kriege ich noch machen und geplant ist auch meine küche herzurichten vielleicht auch unten das badezimmer im keller mal überlegen ja genau das zimmer und eventuell auch im gang noch im keller noch ein bisschen was herrichten das wird sich zeigen wie es im kommenden jahr läuft ich möchte nämlich meinen keller generell ein bisschen herrichten schon längere zeit und je nachdem wie ich das mache mache ich das vielleicht vielleicht gibt es auch videos dazu das verspreche ich aber nicht so ansonsten würde es geben für das kommende jahr ja dass ich ein bisschen abnehmen möchte aktiv allerdings habe ich mir keine zahl gesetzt dass ich habe das kannst du dir doch nicht ausdenken und am ende wird er dann sagen weil er gar nicht weiß wie viele aktuell wiegt weil die waage ja nur bis 200 geht da kann er jetzt schon ja sagen auch ich habe jetzt neulich mal 50 kilo abgenommen das kann er sich ja aussuchen er sieht es ja nicht auf der waage also wenn er jetzt von 400 auf 350 runter ist da kann er aussage ich habe hier ordentlich abgenommen und jetzt kann er sich dann einstellen und dann irgendwie wenn er sagt ist ich nenne keine zahlen dann kann er auch sagen ziel war ein gramm abzunehmen ist ja legitim dann da wollen wir doch mal sehen wie viel das dann da wird genau nichts passiert wir wissen dass alle aber ja soll er sich da seine vorsätze machen ach ja jetzt hat okay ich möchte jetzt unbedingt 30 kilo abnehmen oder so oder 40 oder 100 was extrem gefährlich wäre bei meiner größe weil ich bin nein das wäre nicht gefährlich das wäre sogar noch mal dann irgendwann momentan nicht mal 170 kilo und die bilder haben wir gesehen reiner die bilder haben wir gesehen du wiegst keine 170 kilo nein natürlich nicht natürlich nicht 100 kilo abnehmen würde und momentan tatsächlich dann ist so schwer von 70 kilo wäre wäre es ziemlich gefährlich für mich dann würdest du etwa noch 110 kilo liegen wenn du 100 abnimmst mit über 190 70 kilo magersucht nennt man das gut amazon ich habe für einige von euch die meine let's plays und live streams mit gaming cool finden noch auf meine amazon wunschliste ein neues pokémon gesetzt und nein magersucht nennt man das nicht ist auch egal jetzt kommt wieder ein pokémon scheiß jetzt widmet er sich an seine fans unter 15 aber ja oder ein weiteres pokémon gesetzt das nennt sich schild bzw es nennt sich schwert es ist aus der generation schwert und schild aber es ist die schwerste variante fand ich persönlich jetzt schöner weil ich mag schwerer ist für die switch würde ich also im live stream auch zocken nur so als information am rande danke interessiert überhaupt kein dann haben wir ende des jahres 2020 ich weiß jetzt nicht euer liebensthema aber ich würde es trotzdem gerne ansprechen die hater nee hast ja das ist aber toll dass du das ansprichst das tust ja sonst nie in deinen videos ist aber toll guck an die hater finde ich schön dass er das jetzt erwähnt also echt wunderbar es kommt so selten vor das thema also das schon echte besonderheit wenn er es da mal erwähnt die hater haben meiner meinung nach und meines empfindens nach dieses jahr ziemlich nachgelassen vielleicht schlägt mich jetzt oh da müssen wir uns ja entschuldigen oder was soll das jetzt hier soll es jetzt ein aufruf werden das ist jetzt schon wieder genau das was wir immer predigen da von wegen ihn lassen die leute jetzt als mobbing opfer in ruhe ein normales mobbing opfer würde sich freuen und sich sagen wunderbar sie lassen mich mal einen tag in ruhe ich habe mal ich habe mal einen freien kopf ich habe meine ruhe und was macht unser mobbing opfer der mobbing messias stellt sich hin und provoziert wieder alle hey kinders was war das denn jetzt hier für ein jahr ich habe überhaupt nicht auf meine kosten gekommen war also was los bei euch das ich brauche hier ein bisschen input hier mir ist langweilig kommt traut euch kommt zu mir das geht so nicht stache da die leute wieder an ich das bekommst die tür wieder nicht zu ich bin nicht falsch also ich meinte die hau häufigkeit der aktivitäten hat macht gelassen im vergleich der vergangenen jahre was aber zugenommen hat reiner woran könnte das liegen ich habe nur neulich ich weiß nicht wann das war neulich habe ich mal in den nachrichten irgendwas gehört von oder irgendwie so kann damit zusammenhängen kann aber auch nicht sein will ich mich jetzt nicht darauf festlegen sind die asozialen aktionen der hätte zum beispiel hausfriedensbruch sachbeschädigung und so weiter hausfriedensbruch geht bei dir los wenn man auf der straße steht das hat dieses jahr tatsächlich zugenommen es fängt schon damit an dass die hater wie zum beispiel die ich habe der widerliche fette hässliche asoziale kreischenne und ja es kamen ein zwei adjektive dazu grüße an denis an dieser stelle ja natürlich die gewaltbereitschaft nimmt immer weiter zu mit den jahren dass das kein geheimnis ist und wahrscheinlich im jahre 2021 22 22 und was da nicht noch alles kommen wird dass die da noch weiter zunimmt ist kein geheimnis und das werden wir dann sehen wie weit das noch eskalieren wird was sich die autoren ausgedacht haben da können wir alle ganz gespannt sein ja das war ja klar dass das zunehmend irgendwann auf meinem tor beziehungsweise meiner mein hauswand rum geklettert ist und daran irgendwelche sachen gesprayt hat wofür ich sie am liebsten wirklich so lange in den knast stecken lassen würde bis sie alt und grau ist und der traum von kindern sich für sie erledigt hat ich hoffe die hat noch keine kinder an den jahren kinder tun mir jetzt schon was auch einer ja das ist so redet ein mobbing opfer kennt man doch ne außer hat es ja ganz normal so so redet jedes mobbing opfer eigentlich ist ja klar das kannst du dir nicht ausdenken also echt also allein schon für ein bisschen sprühe farbe an der wand kloppen die eweil zusammenbricht kommt man jetzt nicht lebenslang hinter gitter wer mir neu das nennt sich sachbeschädigung keine ahnung kann sich ja freuen damit die wand noch ein bisschen verschönert bevor sie dann in ein paar monaten wochen endgültig zusammenbröckelt ja ist wenigstens noch ein bisschen aufgehübscht ich glaube da stand so viel wie inge ist doof also weiß ich nicht glaube das hatte sie dahin gesprayt da gab es mal so ein video als kurzer die auf youtube zu sehen war wo denis da oben herum kraxeln ist und dann mit ich glaube lila nachfarbe oder irgendwas hinsprayt oder so und rainer kommt dann an gedackelt und ja versucht sie dann wieder mit sehr lustigen verkrampfungen des arms abzuwerfen mit diversen gegenständen die ja denis von oben runter wirft als wurfgeschosse für rainer damit er sie abwerfen kann weil wir alle wissen dass er nicht werfen kann ja war auf jeden fall unterhaltsam das video und ja aber ja rainer macht weiter so die aussagen da wunderbar dass das provoziert auch nicht andere leute wieder zu ganz anderen sachen wieder also ist eine super idee das so einfach ins netz zu balken also ja das ist auf jeden fall so die situation also es ist an aktivitäten selber als an sozialen aktivitäten selber hat es zugenommen aber die häufigkeit und die menge an hatern ist im vergleich der letzten drei vier jahre abgenommen das ist auch der grund warum ich sage dass es schwächer geworden ist ich sage euch jetzt gleich was die hater jetzt vorhaben wenn sie das hier hören und sehen die hater werden genau jetzt anfangen wieder versucht vermehrt bei mir vor der tür zu stehen und damit würden sie nur einer kindischen aktion nachgeben die ich vorher sehe und wenn man schon so schlechte aktionen plant und umsetzt dass sogar ein sonderschüler einen naja durchschaut ist die frage wer ist der dümmere was meint er jetzt mit durchschaut ist er jetzt tatsächlich mal dahinter gekommen dass wenn er die leute provoziert sie vor seiner tür stehen werden wo ist das jetzt ein hält er sich da jetzt mit schlau und vorhersehbar oder ist er jetzt wirklich jetzt ich glaube es ist wirklich mal darauf gekommen dass wenn er da die muss ja so sein dass er scheiß die leute zusammen sie stehen dann vor der tür wieder oder er macht noch lustigere oder keine ahnung noch provokantere aussagen und entstehen mehr leute vor der tür und bauen mehr scheiße oder keine ahnung also hat ja nur warte mal ja knapp acht jahre gedauert bis dahinter dahinter gekommen bist also an dieser stelle kann man mal ja kann man würde ich sagen mal alle zusammen jetzt hier aber jetzt hält er sich für schlau indem er sagen kann also kann ich mir fällt ja so der vergleich ein dass er sich jetzt hierhin stellt und sagt wenn ich dieses ei auf den boden fallen lasse geht es kaputt da guckt da habe ich alle verarscht mit meiner genialität das werdet ihr im leben nicht erreichen an mich kommt keiner ran weil darauf müsst ihr erst mal kommen dass dieses ei kaputt geht da träumt ihr von also ungefähr so stelle ich es mir vor dass er sich da jetzt wieder mit irgendeinem blödsinn weiß ich nicht schmückt und meint er hätte jetzt hier das rad neu erfunden nur weil er irgendwie mal dahinter gekommen ist dass er die leute mit dem provozieren zu ihm her lockt ja wahnsinn also gratuliere wie gesagt gratuliere der sonderschüler den mir verarscht oder der das macht was der sonderschüler vorher sieht und ja das ist definitiv jetzt manipulation die frage ist nur was macht ihr weil das ist eine manipulation da steckt jetzt in der zwickmühle komm dir hierher habe ich es voraus gesehen und verhexert kommen wir nicht macht ihr genau das was ich will jetzt macht er da so ein psychospiegelchen draus oder was soll das jetzt hier werden ist das jetzt soziales experiment und dann macht er tatsächlich irgendwann den reißverschluss auf und dann keine ahnung dann kippt die kippt das kippt die schanze um die pappwände einmal plop 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 und dann liegt da nur noch braches land also da guck es dir an wie er jetzt grinst er fühlt sich komplett überlegen es ist echt legendär es ist also kapiert er das echt nicht also ich weiß ich die situation da bei ihm das ist auch kein spiel das ist den leuten doch scheißegal ob du gesagt hast die kommen da jetzt vorbei die kommen da vorbei ob du sagst die kommen oder die kommen nicht das ist denen noch jacke wie hose also man gewonnen habe am ende ich das nicht ja einer garantiert am ende und man klug hinten kackt die ente noch mal dann eine kurze zusammenfassung von diesem jahr es sind sachen passiert wie die eine million aufrufe auf skrskr was mich unglaublich überrascht hat und unser team von der musik her sehr gefreut hat der pensy ist glaube ich deswegen schon einige male auf knappe sechs millimeter angeschwollen würde ich mal sagen weil es richtig cool war und krass war ich nicht gedacht es kamen 100.000 abonnenten auf meinen kanal auch dafür vielen vielen lieben dank so cool von euch dass wir so viele abonnenten zusammen bekommen hätte ich nie gedacht geschweige denn erwartet erwartet einfach nur krass da kann ich nichts zu sagen dann kamen auch besser so formate zurück wie dragon monday und es war ein video was ja beides schon formate sind die schon vor jahren da waren und die jetzt wieder nicht mehr da sind das wäre ja komisch ne warum das radel format wieder nicht mehr da ist das wird jetzt nämlich haben wir gesehen nur noch als abstellraum benutzt und das rad als wäschetrockner missbraucht also da war dann schnell ende als er wieder gemerkt hat oh dreimal die woche oder beziehungsweise einmal in drei wochen kam es ja dann zum schluss und dann jetzt natürlich gar nicht mehr und dann einmal sonst war es einmal in der woche freitag setzt er sich auf sein radl und ja fährt mit ausgeschaltetem rad also ohne schwierigkeitsstufe ein bisschen ja aber er hat ja immerhin was gemacht und hat ja auch gesehen dass dieses format sage ich mal sehr positiv bei den leuten ankam aber das wird ja dann wieder eingestampft ist ja das ist ja zu anstrengend ich meine da auf dem home trainer zu sitzen das ist ja ja das nee nee das ist so anstrengend und das schafft er ja auch gar nicht mit seinem terminplan bei der ganzen arbeit die er da machen muss das ist natürlich das kann man auch nicht erwarten dass er das dann macht na ist ja klar wenn aber im kommenden jahr noch zwei drei formate mehr werden kevin wollte jetzt mal außen vor gelassen haben mich im letzten jahr jetzt einige youtuber verstärkt daran erinnert dass sie mich nicht auf youtube haben wollen oder besser gesagt mir deutlich bewusster gemacht dass ich auf youtube nicht erwünscht bin das gilt nicht nur für meine zuschauer für meine fans oder und oder für meine hater sondern es gilt auch für andere youtuber wie ich nenne jetzt keine namen ich möchte jetzt schon irgendwelche leute ärgern oder sonst was aber schon dass das mit dem amfang ist nicht mehr mein stil ist ja auch nicht niemals die gewesen aber gut ach ist nicht mehr dein stil ok da warten wir mal wieder ab bis die nächsten aussagen kommen in deinen reaction dingern da hast du auch wieder gegen exe gehetzt sag ich mal ne also ist nicht mehr dein stil oder auch gegen tanzverbot und so aber nein ist nicht mehr dein stil stimmt ja der wird ja auch weniger ne und weg nur ist den ja auch genau letzten endes ist es so ich habe vor und aufgrund kevin wollte unter anderem auch habe ich jetzt jetzt nicht das vor mich mit einem plan nach oben zu arbeiten oder zu schlafen je nachdem was schneller geht nach oben zu schlafen also er möchte sich jetzt also mit den leuten ich sag mal auf youtube keine ahnung ja gronk ich wende mich jetzt mal an dich ich hoffe du hast schon kondome besorgt reiner wird da bestimmt demnächst mal klingeln bei dir ich möchte am ende von den nächsten jahren gemerkt mehrzahl von jahren möchte ich mich irgendwann an die spitze von youtube stellen können von deutschland nicht von der ganzen welt dafür bin ich nicht ehrgeizig genug und auch nicht fähig genug weil dafür müsst ihr viele videos auf englisch machen der hat jetzt im ernst die erwartung dass wir irgendwann mit seinem scheiß kack den der da macht an erster stelle in deutschland kommt und ohr für die ganze welt bin ich mir ja viel zu bescheiden das traue ich mir ja nicht zu nein aber fucking deutschland alles klar mit dem content genau und in seinem moskow ist ja tatsächlich die idee entschuldigen wenn ich jetzt etwas ausfallen werde aber der gedanke er könnte es mit 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 leichtigkeit schaffen an platz eins der welt zu kommen auf youtube aber er ist ja zu bescheiden und gibt sich auch mit platz eins in deutschland zufrieden das ist ja okay man muss ja nicht gleich nach den sternen greifen da tut es auch so ein kleiner platz das reicht ja erst mal schauen wir mal also also langsam ist er echt er hat einen schutz nicht mehr gehört also nein ich möchte mich tatsächlich deutschlandweit so weit entwickeln dass ich am ende zumindest über den meisten youtuber stehe die in deutschland videos machen mir fehlen die worte mir fehlen die worte mir fehlt da nichts mehr zu ein mir fällt da nichts mehr zu ein aber beim letzten war noch groß verkünden 152 pokémon leute 152 verdammt und mit dem komme ich an die spitze von deutschland deutschland hat nämlich nur 151 scheiße so sieht es nämlich aus die haben nur 111 ich habe 152 ja und ein hyperball genau so das habe ich es euch aber gezeigt hier und verschämtheit zumindest was die abonnentenzahl angeht dafür habe ich auch einen genauen plan den erkläre ich euch gleich noch genau und da bin ich gespannt jetzt der zehn stufen plan des rainer w wie ich an die spitze von youtube gelange in der noch von mir verbliebenen lebenszeit ich bin hochgradig gespannt auf diese nächsten 20 minuten die uns da noch erwarten also das kann ja meine persönliche entwicklung ich habe das vergangene jahr das lese ich mal kurz ab ich habe das vergangene jahr einiges durchgemacht von einer neuen freundin mit der ich zusammen kam anfang des jahres bis zu einer da hat er dann seinen fuß fetisch anscheinend entdeckt und hat dann wahrscheinlich irgendwie mal versucht seinen fuß nach oben zu bewegen ist dann aber leider daran gescheitert und daher die trennung die sehr schmerzhaft für ihn war und deswegen ist der fuß wieder außerhalb seines wirkungsbereichs und wird es auch erstmal vorerst bleiben der zweiten mit der ich jetzt ebenfalls zusammen bin sprich im moment zwei mädels ab ja natürlich laberst du nur rechte und linke hand wissen wir alle die existieren nicht diese menschen das ist entweder eine gummipuppe wieder oder hat sich wieder irgendein dildo in den arsch gerendert das wissen wir alle kannst du uns erzählen was du willst glaub dir keine sau und es ist auch widerlich wie er sich immer damit brüstet ach meine zwei mädels muss in jedem scheiß satz und im kevin video wird es auch zehnmal erwähnt ach meine zwei mädels meine zwei mädels ja hier hat das schon von meinen zwei mädels gehört aber meine zwei mädels kennt ihr die schon ja meine zwei mädels hab wusstet ihr schon dass ich zwei mädels am start aber hier guck mal hier steht reiner winkler hat zwei mädels oh hier guck mal meinen personalausweis hier guck mal hier hinten da zwei mädels in diesem lexikon hier habe ich neulich einen artikel gefunden wo steht sie zwei mädels habe ich hier oh ich kriege an der e-mail zwei mädels oh was liegt denn hier unten ah zwei mädels ja genau man kann es doch echt nicht mehr hören oder kann das noch irgendwer hören ohne dass der puls hoch geht also ich nicht ich kann es nicht mehr hören und ich glaube das nutzt ja auch nur um leute zu triggern und es funktioniert ja auch kann ich tatsächlich sagen ja grins mal schön weiter dann laber ich halt nur mal so jetzt muss ich mal kurz so jetzt muss ich mal kurz so ist in Ordnung wenn ihr das meint dann wird es schon stimmen so wie dem auch sei meine ernsthafte absicht den kanal zu schließen ich hatte wirklich vor den kanal zu schließen ich habe jetzt das man gemacht ich habe auch alles schon zu weit gelöscht ich hatte sogar schon den finger auf dem löschbutton ja also kanal löschbutton habe mich dann letztendlich doch um entschieden bedauerlicherweise weil ich einfach nochmal an die ganzen jahre gedacht habe was mir youtube gegeben hat nichts es hat dein leben komplett auf den kopf gestellt dich zu einer haltlosen witzfigur gemacht jeder verarscht dich doch nur was hat dir das denn gebracht außer verachtung hohen spott einen haufen schulden und ein dorf was komplett abgefuckt von dir ist aber ja youtube hat dir so viel gebracht man doch das ist aber echt heute boah so anstrengend war es glaube ich noch nie dem dazu zu hören und ausgerechnet heute habe ich keinen tee bei mir so ein Mist was es mir genommen hat es ist letzten endes wirklich so dass ich meinen kanal nicht löschen möchte würde ich auch eigentlich generell nicht es ist aber wirklich so dass ich schon es wäre für alle beteiligte das beste wenn du dich löscht knapp davor war worüber sich offensichtlich viele youtuber gefreut haben das ist unter anderem auch einer der gründe warum ich gemeint habe dass viele youtuber mir im vergangenen jahr jetzt gezeigt haben dass sie mich nicht auf youtube haben wollen weil keiner versucht hat mir seine unterstützung anzubieten mir grundsätzlich keine ja code bidas meine güte wie oft denn noch weil da kann keiner bock drauf hat da sich mit dir einzulassen er sucht seine unterstützung anzubieten und die diestone hinterher den schwanz einziehen nein nicht den schwanz einziehen sondern erkannt haben was sie da für eine scheiße gebaut haben weil es ist doch immer dasselbe leute die sich nicht informiert haben ich möchte jetzt hier keine namen fahren zu ihm hin und stellen im nachhinein fest oh ist doch gar nicht so schlau gewesen was ich da gemacht habe und rudern dann selbstverständlich auf olympia zeit rudern die dann zurück und sagen dann halt oh ja hier ich habe jetzt doch mal nachgeguckt was der da für aussagen gebracht hat von wegen aha 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 aber ja dass die dann sagen oh finde ich jetzt nicht so geil oder mich hier mit einem ja gewaltverbrecher einlassen und auch noch hinter den stehen oder den zu verteidigen ne mache ich jetzt nicht ich finde das ist nicht schwanz einziehen sondern das ist eher ein gesunder menschenverstand den man da an den tag legt und dass andere youtuber da ebenfalls keinen bock drauf haben dort dann mit derart negativer publicity dazustehen ist glaube ich mehr als verständlich und kann man jetzt auch niemanden vorwerfen sondern eher im gegenteil sagen gut so leute ignoriert den weiterhin also an die großen youtuber jetzt einfach weiter ignorieren weil ja wir kennen das ja bis zum entschluss das nochmal professioneller zu versuchen also hat er jetzt im wesentlichen den kevin beleidigt dass er den schwanz eingezogen hat Zitat Rainer Winkler und ja auf einmal nicht mehr hinter ihm steht nachdem Kevin erfahren hat was Rainer für Aussagen gebracht hat und für Dinge in seinen Videos erzählt hat und generell wie er so mit den Leuten umgeht die ja seine Fans sind ich habe vor mein Kanal professioneller aufzuziehen das erkläre ich jetzt auch genauer noch im kommenden Thema das kommende Jahr 2021 denn die Sache ist mir ist durchaus bewusst dass man seinen Kanal nicht verbessern und aufbauen kann wenn man nicht dann irgendwann auf einem gewissen Punkt doch eine gewisse Professionalität reinbringt ich persönlich wollte meinen Kanal nie professionell machen ich wollte ihn immer so einen kleinen Crap-Kanal lassen ja das ist er ja auch aber wenn du das so nicht möchtest du es dann auch nicht zu machen kann ich dann mach es doch weiterhin ich habe Angst vor dem was da jetzt kommt nachher kommen jetzt wieder diese über krassen Green Screen Effekte wo wir hier jetzt T-Rexe durchs Bild marschieren sehen und blaue Laserstrahlen die ausgeschnitten sind wie mit der Bastelschere über den Bildschirm flackern sehen also Professionalität ist das nicht wenn ich das mal erwähnen darf an dieser Stelle mit kleinen Abonnenten mit wenigen Abonnenten aber dafür coolen Abonnenten coole Abonnenten habe ich heute auch noch aber leider ist der Kanal jetzt nicht mehr ganz so klein und man könnte ja sagen ja dann lösch ich und mach einen neuen Kanal ja wäre doch eine Alternative wenn du dich an wenige und coole Leute richten möchtest dann wäre das genau das was man tun würde Tja wenn du nicht schon so viel Aufmerksamkeit erregt hättest denn jetzt ist das keine Alternative mehr weil dann wird es einfach auf einem anderen Kanal weiter gehen also es wird ja keinen Sinn machen dann hat man wahrscheinlich auch wieder in der kurzen Zeit 20.000 Abonnenten und auch das ist mir schon zu viel Tja dann lass es doch dann mach wie du es damals gesagt hast die Videos nur für dich guck sie dir an nimm den Pensi dazu in die Hand und dann haben alle Leute ihre Ruhe wär das nicht schön das wäre für alle das Beste das Dorf hätte seine Ruhe die Polizei hätte ihre Ruhe es wird vielleicht für ein paar sagen wir mal ein Jahr oder so ein paar Monate noch weiter gehen auf jeden Fall die Besuche würden nicht von 0 auf 100 einfach aufhören aber es würde nach einigen Monaten Jahren dann langsam abebben und es wird Gras über die Sache wachsen und dann ist endlich Ruhe genau Nein also tatsächlich ist es so dass ich im kommenden Jahr jetzt aufgrund der Aktionen mit den anderen YouTubern und da sind wir jetzt im neuen Thema plane 140.000 Abos im kommenden Jahr zu machen das heißt im Klartext nächstes Jahr um diese Zeit möchte ich 250.000 Achso der will gar nicht 140.000 Abonnenten erreichen nein gleich 250.000 soll es werden alles klar Plus Abos haben also je nachdem ob ich darüber hinaus komme oder nicht ich möchte aber ungefähr 250.000 Abos im kommenden Jahr haben Spoiler schaffst du im Leben nicht im Jahr darauf also 2022 möchte ich tatsächlich dann 500.000 haben äh er bettelt aber nicht um Abos jetzt habe ich jetzt habe ich glaube ich jetzt äh ne ne ich glaube das ist keine Bettelei was er hier betreibt nein nein und im Jahr 23 möchte ich dann wenn möglich Ende des Jahres etwa die eine Million im Jahr 23 kannst du gerne Jesus von Nazareth fragen ich glaube da war der gute Boy noch am Leben vielleicht gibt der dir ja die Abos wer weiß es ja nicht ob ich jetzt letzten Endes schaffe oder nicht weiß ich noch nicht das muss ich ausprobieren es wird natürlich nicht von ungefähr kommen sondern man würde es definitiv umsetzen müssen mit einer Planung und die werde ich euch jetzt erklären ich habe insgesamt zehn Formate für das kommende Jahr geplant ich habe zwei Pläne heute da von drei Plänen die ich gemacht habe ich habe einen Monatsplan einen Wochenplan und einen Jahresplan ich habe euch den Wochen- und den Monatsplan mitgebracht äh die ich euch erkläre weil der Wochenplan für mich nur speziell nochmal etwas verdeutlichter ist dass ich genau weiß diese Woche kommt das, das, das und das passt die Streams sind in den das ist der Zehnstufenplan wie gesagt das wird jetzt ja der wird jetzt alles revolutionieren dieser Plan das wird alles auf den Kopf stellen kann jeder YouTuber der in der kommenden ja was weiß ich im kommenden Jahrzehnt jeder YouTuber wird sich diesen Plan jetzt anschauen und sagen so wird's gemacht Rainer Winkler setzt hier den Grundstein für eine neue Revolutionierung einen neuen Aufbau die Industrialisierung YouTubes wie man es bevölkert wie man sich an die Spitze arbeitet mit der Zehnstufenplan des Rainer Winkler er wird in die Annalen eingehen also eigentlich wird er nur in eine Annalregion eingehen ist ja auch egal aber daran werden sich noch Generationen von YouTubern orientieren und das Ding wird in Stein gemeißelt werden davon ist auszugehen in zehn Formaten nicht integriert und der Vlog ist ebenfalls nicht integriert aber beides wird natürlich trotzdem kommen da seht ihr schon wieder eine Erfolgsstrategie man kündigt zwei Formate an man bringt sie nicht in diesen Plan ein also man sagt die kommen also die sind nicht im Plan aber sie kommen natürlich und somit erlaubt sich der Künstler als YouTuber diese Freiheit von der immer alle reden das ist diese sogenannte künstlerische Freiheit in dem ich sage ich habe hier einen Plan ich habe hier ganz viele Projekte die in diesen Plan reinkommen aber manche auch nicht aber die kommen einfach trotzdem denn so habe ich die Freiheit zu entscheiden wann sie kommen grandios hier dieser Beitrag wieder wunderbar also man kann hier wirklich was lernen die Vlogs werden immer random kommen deswegen habe ich die nicht formattechnisch aufgeschrieben und ich werde die auch nicht vergessen und ich vergesse sie auch nicht auch eine Erfolgsstrategie Strategie Nummer zwei einfach nichts vergessen ja so funktioniert es das also Chapeau sage ich nur Chapeau zu erwähnen und was ich nicht aufgeschrieben habe sind die Livestreams aber die sollten sich von alleine klären das wird ja auch regelmäßig und hier meine Damen und Herren sehen sie Strategie Nummer drei das wird sich einfach von alleine klären ja einfach mal ein bisschen Vertrauen ins Schicksal haben mein Gott man ist ja nicht umsonst auf die Welt geschissen worden ne da muss ja irgendeinen Grund haben und deswegen kann es ja so schlecht gar nicht laufen deswegen das muss ja irgendwie ja das einfach vertrauen so geht schon klappt schon läuft schon wird schon sicher machen ich habe mir Folgendes vorgenommen wir werden einmal jeden Montag den Dragon Monday kommen lassen natürlich klar brauche ich nicht drüber reden brauche ich nicht viel erklären natürlich klar der kommt sicher immer aber manchmal kommt er halt nicht und dann ist egal der kommt der kommt Leute der kommt jeden Montag Dragon Monday außer in Ausnahmefällen klar wenn ich mal krank bin wenn es mir nicht gut geht oder irgendwas mal anders passiert oder wenn die Sonne mal nicht schön scheint oder die Luftfeuchtigkeit mal unter 14% ist dann geht das halt nicht ne oder ja wenn der Wind von Osten kommt das ist dann gar nicht ganz ungünstig dann ne oder weiß ich nicht wenn es auf dem Quadratmeter leider nur 3 Liter geregnet hat das ist da kann man nichts machen dann geht es halt nicht das kennt man ja oder ich es nicht rechtzeitig schaffe aufgrund von anderen Umständen dann würde es eben nicht passieren aber letzten Endes will ich den jeden Montag oh letzten Endes da war für meine Liste ah ich ging geballert da im Montag raushauen das kommende Jahr sollen zweimal im Monat das Projekt Brot und Brötchen kommen zweimal im Monat alles klar kann man sich auch schon mal als Erfolgsstrategie hier vormerken für den Erfolgsplan des Rainer Winkler Brote schmieren das hilft einmal damit man nicht verhungert ja und einmal damit man das halt nicht verlernt weil dann kann man es sich ja im Nachhinein nochmal angucken wie man dieses Brot dort geschmiert hat genial also das revolutioniert alles das ist wirklich Wahnsinn ich habe ja jetzt so ein nettes Buch dazu noch genauer das gleich und ja es wird auf jeden Fall so kommen dass ich definitiv zweimal im Monat Projekt Brot und Brötchen raushaue das heißt es kommt einmal einmal nicht einmal kommt es einmal nicht immer mit einer Pause dazwischen also es kommt nicht jede Woche das nennt man abwechselnd aber auch schön gesagt Zweite dann kommen vier Formate die bereits bekannt sind die etwas aufwendiger für mich sind und für eventuell auch mein Time of Metal noch irgendwas noch irgendwas Team wenn die mir mithelfen noch irgendwas aber Fakt ist diese vier Formate werden einmal im Monat kommen und das bedeutet nicht dass jetzt eines dieser vier Formate im Monat kommt sondern jedes dieser Formate kommt natürlich alle vier kommen einmal im Monat und dann wären wir ja am Ende des Jahres wenn in jedem Monat von diesem Format schon vier kommen sollen ja wissen wir ja haben wir ja gelernt in den letzten Videos ein Jahr hat zwölf Monate liebe Kinder und dann wären wir bei zwölf mal vier mal kurz rechnen 48 genau 48 Videos die schon mal alleine diese vier Formate sind dann noch jeden Monat zweimal Projekt Brode und Brötchen also nochmal 24 Videos oben drauf dann sind wir bei 72 Videos und dann kommen natürlich noch die ganzen Dragon Mondays ich guck mal eben wie viele Mondays das Jahr 2021 hat guck an sind 52 Stück ja natürlich sind 52 so also nochmal 52 Dragon Mondays oben drauf auf unsere 72 Videos dann wäre ich ja am Ende von 2021 bei mal kurz rechnen 124 Videos ich bin gespannt Rainer ich bin gespannt 124 Videos gilt es zu schaffen im Jahre 2021 250.000 Abonnenten um hier mal richtig mit Zahlen um sich zu schmeißen sollen dazu kommen also da hat er was zu tun und einmal im Monat das heißt am Ende vom Jahr will ich zwölf Folgen haben von 4 Drachen in der Schanze von Headbang Video von Metal Short Review Video und von Time of Metal insgesamt zwölf Folgen für jeden Monat eins von jedem Format so wir können jetzt alle schon mal genau das machen wir jetzt mal jetzt sind wir am Anfang vom Jahr und ich werde das am Ende des Jahres dann auslösen ihr gebt jetzt unten alle jetzt genau jetzt oder ich mache es als Community Beitrag auf YouTube das ist eigentlich noch besser da werde ich euch jetzt fragen was glaubt ihr wie viele dieser 124 Videos die kommen sollen bekommt er hin also wie viele werden es am Ende sein und auf wie viele Abonnenten schätzt ihr ihn am Ende des Jahres 2021 wird er landen mein Tipp ich sage er schafft von 124 Videos exakt genau Momentan ist die Euphorie bei ihm wieder etwas da das heißt er macht ein bisschen mehr am Anfang des Jahres man möchte ja sein Pulver ein bisschen verschießen da wird das irgendwann im Sande verlaufen ich sage mal ich bin mal großzügig und sage 62 die Hälfte 62 und ich sage er kommt am Ende des Jahres auf 157 Abonnenten also 1000 vielleicht sind es auch 157 wir werden sehen soviel dazu ich bin gespannt auf eure Meinung und weiter geht's und das ganze wird so laufen dass wir uns den Metwoch organisieren oh der Metwoch am Metwoch ich drücke den bewusst so aus am Metwoch würde in Zukunft das so passieren dass immer eines dieser Formate kommt auch mit genauem Plan habe ich euch schon für den Monat aufgeschrieben so dann haben wir die Lego Videos natürlich kommen auch nach wie vor die Lego Videos aber hier ist natürlich die Situation dass ich Lego Videos nur dann bringen kann wenn diese auch da sind das heißt wenn ich Sachen von Lego hier habe Achtung hier an dieser Stelle noch kurz erklärt das ist eine Bettelei Achtung 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 jetzt wird gebettelt bitte kauf mir irgendwelches Lego Spielzeug danke Lego Sachen baue ich nur zusammen wenn ich Interesse daran habe und das bedeutet es sind nur Sachen die ich auf meiner Amazon Wunschliste habe heißt im Klartext wenn ich auf meiner Amazon Wunschliste irgendetwas habe und ihr das seht und ihr möchte dass ich das als Lego Spielzeug zusammenbastle in einem Video dann könnt ihr mir das gerne bestellen wenn nicht dann bitte nicht irgendwo rumsuchen und mir irgendetwas schicken ich werde definitiv nicht Barbies World oder so einen Scheiß zusammenbauen da habe ich kein Interesse dran und das wäre zwar lustig überaus lustig aber wenn es nicht auf meiner Liste sitzt dann werde ich das auch nicht machen so und was machst du dann damit wenn dir das trotzdem Leute schenken? schmeißt du es dann weg oder was? genau natürlich werden neue Musikvideos kommen wir haben jetzt ein Video bzw. wir haben jetzt einen Song vorbereitet bereits der ist soweit fertig jetzt muss ich noch ein, zwei Aufnahmen machen immer noch habe ich zwar schon drei, vier Mal gemacht aber mein Team ist noch nicht zufrieden mit mir und ja ja sein Team glaube ich ist auch ausgedacht das kannst du dir doch echt nie ausdenken wobei er wird es nie hinkriegen einigermaßen rhythmische Töne auf Papier zu bringen bzw. durch Lautsprecher zu orgeln ich bin da ein bisschen Nubi und deswegen muss ich das nochmal aufnehmen ja auf jeden Fall wird es nach wie vor auch Musikvideos geben leider Gottes diese aber auch je nach Planung also es kann sein dass ich die irgendwann mal in Zwischendroche reinschiebe vermutlich werden die Musikvideos werden vermutlich immer am Freitag kommen zusätzlich zu den normalen Videos die sowieso kommen ja okay da kommen also auch noch ein paar Musikvideos dazu ja aber das sind ja immer nicht so viel das hat er rausgebracht vielleicht fünf Stück 829 Videos wir bleiben aber bei den 124 da wird er eh nie hinkommen also ja oder stattdessen das muss ich mir noch überlegen das kommt dann darauf an wie ich das zeitlich plane dann kommen zwei Formate die im Prinzip dasselbe sind nur mit geringfügiger Änderung das eine ist ein Format das es früher schon gegeben hat das auch früher schon sehr beliebt war das aber früher viel zu Unstimmigkeiten geführt hat aufgrund des Namens weil viele gedacht haben hä? das läuft doch gar nicht der geht doch spazieren und genau das ist nämlich das Format Drache läuft nur das Format heißt jetzt nicht mehr Drache läuft sondern Drache geht um eventuelle Missverständnisse auszuräumen bei uns sagt man auch zum Spazierengehen ja da möchte ich auch noch mal was zu sagen das haben mir einige sehr nette Leute unten drunter geschrieben da möchte ich mich auch an dieser Stelle für bedanken dass das tatsächlich Frankenslang ist dass man da unten im Weißwurst also hinterm Weißwurst Äquator tatsächlich äh ja zu spazieren und gehen laufen sagt wusste ich nicht danke an dieser Stelle für diese Belehrung in deutscher Dialektik und äh ja wunderbar dann habe ich ja eine Ausrede wenn mich irgendwer mal in Bayern fragt wollen wir laufen gehen dann sage ich gerne und dann gehe ich spazieren jo ich gehe mal ein bisschen laufen damit meint man nicht dass man joggen geht sondern spazieren geht ja im Normalfall ja dann sag doch das Format heißt jetzt Drache spaziert klingt irgendwie besser als Drache geht so weiß ich nicht gut dann äh das wird einmal die Woche kommen ohne Winterpause also es wird auch trotz des Winters kommen Radl Video habe ich natürlich nicht vergessen ist aktuell noch in der Winterpause wird aber auch wieder kommen wenn es wieder wärmer wird ich sag ja wenn die Luftfeuchtigkeit stürmt die Sonneneinstrahlung genau in 60 Grad durchs Fenster einmarschiert ja ja Mann 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 labern kann man viel Rainer labern kann man viel was dann am Ende kommt das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe ich habe sogar ein Fahrrad auf der Amazon Wunschliste er hat ein Fahrrad auf der Amazon Wunschliste und jetzt tut er wieder so ach Leute hier kauft mir das doch wie wärs wieso kauft er mir nicht so ein schönes Fahrrad für ich denke mal etwa 1000 Euro oder die sind recht teuer die Dinger kommt schon ich nutze das zwar überhaupt nicht und ich hab eins und es funktioniert ja auch und ich könnte das nur aber Leute wär das nicht geil wenn er mir das schenkt einfach so 1000 Euro zum Fenster rausschmeißt wie wär das echt klar ihr könnt euch auch auf Straße stellen und einfach so 1000 Euro in Gulli sickern lassen aber das macht doch keinen Spaß gebt doch einfach mir das Geld wie wärs ist das ne tolle Idee ja das ist doch ne tolle Idee ich mein ich geb euch ja zum Dank auch ach richtig genau nichts ach ist ja egal gib mir das einfach passt schon oder dann könnte ich sogar mit Outdoor Kamera und sowas machen weil ich hab da auch was da ist nur ne Idee muss jetzt aber auch nicht umgesetzt werden Fakt ist auf jeden Fall letzten Endes ich möchte tatsächlich mit euch zusammen weiterhin die Radlvideos machen und ich möchte Drache läuft machen im Moment wird es so laufen dass das Radlvideo bleibt noch in der Winterpause vorüber gehen Drache läuft Video vermutlich noch nicht und das sind auch die Formate wo ich gemeint habe dass ich eventuell ein bisschen sportlich mich betätigen werde wir haben doch heute eigentlich oder ich gucke mal eben da kam doch schon wieder die erste Entschuldigung warum denn das Drache geht Video schon wieder nichts geworden ist ich gucke einmal drauf ich meine ich hätte da was gesehen so schauen wir mal einmal ja genau gestern heute kein Drache geht kommt schon die die erste Entschuldigung haben wir schon das wird auch noch lustig der Entschuldigungs-Counter kann eingeführt werden wie oft er sich rechtfertigen wird warum nichts gekommen ist oder wie oft er irgendwelche fadenscheinigen Ausreden erfindet warum denn nichts gekommen ist um ja nicht zugeben zu müssen dass das was er da gerade ankündigt absolut und und überhaupt nicht realisierbar ist und umsetzbar ist aber lassen wir mal machen was kommt denn noch alles möchtest du vielleicht auch noch im Jahr 2021 für Weltfrieden sorgen der neue Präsident der USA werden ich bin auf alles vorbereitet bitte erfülle uns mit neuen Ankündigungen auch unter anderem einmal die Woche soll es kommen immer am Freitag wird sich mal Mensch was alles am Freitag kommen soll Musikvideos Drache radelt und noch irgendein total irrelevantes Format was ich jetzt vergessen habe aber der Freitag wird gut Gucken ob ich das in Zukunft so mache dass ich das Radelvideo durch das G-Video ersetze oder ob ich das zusätzlich mache oder wie auch immer das weiß ich noch nicht es kommt darauf an wie ich zu dem Zeitpunkt dann fertig es kommt darauf an wie ich zu dem Zeitpunkt dann drauf bin der Wochenplan ist es sind insgesamt 5 Kalenderwochen das ist jetzt nur der Januar das heißt im Februar kann es schon wieder komplett anders sein entweder ich werde im Dragon Monday der letzten Woche also der letzte der fünften Kalenderwoche dann das ganze nochmal genauer erklären oder aber ich werde es so machen dass ich das im eigenen Video nochmal mache oder einfach weiterhin fortführe wie auch immer auf jeden Fall ist meine Wochenplanung für den Januar jetzt folgendermaßen natürlich fängt er mit dem Januar mit dem 4.1. mit dem Montag an und läuft natürlich mit Dragon Monday an ja der kam auch das stimmt und jetzt passt auf denn ich habe es schon gesagt die Livestreams werden auch kommen es wird so laufen wir machen einen Dragon Monday am Montag na klar am 5.1. also einen Tag später wird es einen Livestream geben mit Gaming gab es den? gucken wir mal ist eigentlich ganz gut jetzt das sich jetzt anzuschauen dann kann man nämlich gucken ob die Aussagen auch stimmen die ja da schon wieder rausschmaßt so ja da kam was Musik und Borderlands 3 kam an diesem Dienstag vor 4 Tagen genau und dann kam am Mittwoch kam noch ein Stream dann kam ein unglaublich cringiges Video was ich jedem raten möchte nicht anzuschauen ihr werdet es trotzdem tun ich kann ja eigentlich alles sagen ihr werdet euch das sowieso anschauen aber bitte nur mit Kotztüte und unter Aufsicht der Eltern dieses Headbangen im Jahr 2021 zu bösen Onkels was auch schon wieder triggert weil er Onkels richtig geschrieben hat also eigentlich hat er es mal richtig geschrieben aber die Band schreibt sich halt nicht mit S am Ende sondern mit Z ist ja auch egal guckt es euch einfach nicht an meine Güte es ist einfach der reinste Cringe und man fragt sich schon wieder warum ja ne man fragt sich eigentlich nur warum genau aber das kam halt auch noch vor drei Tagen also am Freitag ach ja Mittwoch genau ja naja das kam bisher gucken wir mal was er jetzt ankündigt ich habe mir noch kein Spiel überlegt ich werde es so machen dass ich am Dienstag immer ein Spiel streame immer das gleiche bis wir durch sind sprich es wird im Prinzip eine Let's Play Folge nur dass es quasi live ist nicht eine Folge sondern eine Reihe die aus mehreren Folgen besteht und dass wir nicht nur eine Stunde zocken sondern wirklich ein paar Stunden das kommt natürlich immer auf die Zeit und auf die Laune an die ich habe genau das Spiel haben wir noch nicht überlegt und ob es Zeiten geben wird dazu das weiß ich noch nicht aber es wird in Zukunft jeden Dienstag der Fall sein und welche Uhrzeit weiß ich noch nicht dann Headbang Video ich habe schon gesagt Headbang Time of Metal Metal Genre und auch das Projekt Führer doch in der Chance wird es definitiv jede Woche geben äh Quatsch jeden Monat geben aber eben einmal in der Woche das ist dann der Mittwoch das ist diesmal der 6.1. da habe ich mir überlegt ich werde am 6.1. Headbangen zu den Bösen Onkels auf gute Freunde da das Song ein bisschen so in die Richtung neues Jahr geht neue Erinnerungen ich glaube mit diesem Video hat er jetzt wirklich auch noch die ganzen böse Onkels Fan äh gegen sich würde ich mal überhaupt bewollen weil oh man ja ist es auch egal komm weiter jetzt mal langsam fertig werden ey Erinnerungen neue Freunde neue Freundinnen neue Männer neue Leute neue Kinder neue Änderungen neue neue Und alle die jetzt hohen Puls haben wir machen jetzt eine kleine Atemübung ja atmet jetzt 4 Sekunden ein halten 4 Sekunden 1 2 3 4 3 und dann 7 Sekunden ausatmen 1 2 3 4 5 6 7 je nach Schwere macht ihr das genau 3 mal 4 mal oder in diesem Fall etwa 20.000 mal und dann sollte euer Puls und auch ihr komplett ruhig sein weil wenn man das 20.000 mal macht ist man glaube ich schon lange kollabiert aber einfach einfach beruhigen beruhigen und ja alles ist gut alles ist gut alles ist gut jetzt sind wir wieder zu innerem Frieden vorgedrungen und es kann weitergehen und es kann weitergehen ihr wisst was ich meine da geht es auch um neues Jahr neue Liebe und so weiter und das passt eigentlich für ein neues Jahr und für einen neuen Anfang ganz gut dann haben wir einen weiteren Livestream und zwar am 7.1. das ist der Donnerstag da wird es einen Lava Stream geben die Lava Streams werden immer am Donnerstag kommen mit wenigen Ausnahmen vielleicht kommt auch mal zwischendurch ein Stream aber das ist auf jeden Fall die feste Planung nö da kam kein Lava Stream da kam äh nichts also ja wie zu erwarten war dafür kam aber am äh Dienstag also das Ding das Video bei ihm auf dem Kanal heißt Dienstag Gaming Stream Pokémon Schwert allerdings kam auch am Dienstag Musik und Borderlands aber ich denke mal das Video Dienstag Gaming Stream Pokémon Schwert wurde zwar Mittwoch hochgeladen ähm aber soweit ich weiß ja hat er das wahrscheinlich Dienstag gemacht aber er ist Mittwoch hochgeladen oder ich kann es mir doch auch nicht anders erklären keine Ahnung und die Lava Streams können folgendermaßen sein Reaction Streams Lava Streams wo ich mich über irgendein Thema auslasse Lava Streams wo ich mich mit euch über Musik unterhalte wo ich einfach auf eure Kommentare eingehe und so weiter würde in Zukunft jeden Donnerstag kommen 8.1. Drache geht bei Drache läuft oder Drache kam nicht daher kam dafür kam eine Entschuldigung warum es nicht kam oder irgendwie ach ja ach mhhh oah der Mond und der Mars standen heute in so ungünstiger Konstellation dass ich einfach nicht aus dem Haus gekommen bin ich weiß überhaupt nicht wie das geht aber ach es ging nicht wie geht werde ich mir immer ein Thema raussuchen über das ich sprechen werde Da ich euch Spezies kenne und ihr diesen Plan mit Sicherheit wieder nicht euch anschauen werdet oder hinterher sagen mir, wie soll ich denn das wissen, du sagst es ja nicht jedes Mal. Oh, und auf diesen Plan werden wir achten, Rainer. Auf diesen Plan werden wir sehr gut achten. Und man wird sehen, wie viel am Ende davon kommt und wie viel davon nicht kommt. Ich habe es bereits in zwei Streams erwähnt, wie der Plan aussieht, zumindest vage. Heute habe ich einen genauen Plan da und das wird auch der Plan bleiben. Und das wird deswegen auch im Drache geht nochmal thematisiert. Das heißt, hinterher kann er sich beschweren, ja, wo soll ich das wissen? Naja, schau dir das Video an, dann weißt du es. So, und am 9.1., das heißt, das ist dann der Samstag. Also heute. Also für die Leute, ich mache das jetzt gerade jetzt. Also genau jetzt. Nein, natürlich nicht jetzt, sondern das hat jetzt mein altes Ich gesagt. Sonst, der mittlerweile Vergangenheit. Für mich ist es jetzt gerade die Gegenwart. Hallo. Hallo Zukunfts-Ich. Wie geht's? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist heute Samstag und da kam noch kein einziges Video. Also, ja, okay. Es wird es einen weiteren Gaming-Stream geben. Anders als am Dienstag und am Donnerstag wird aber der Samstag-Stream erstens mal nur alle zwei Wochen kommen. Der Grund dafür erkläre ich euch gleich im nächsten. Aber es wird auf jeden Fall so laufen, dass der Gaming-Stream irgendwas sein kann. Es kann irgendwas komplett random sein. Es kann Isaac sein. Es kann Blue Legend sein. Es kann irgendwas sein. Völlig egal. Und dieses Spiel wird auch nicht zwangsläufig storytechnisch gezockt. Das heißt, es können auch mal Spiele sein wie Overwatch, Hardstone, irgendwelche Spiele, GTA, irgendwas, was halt nicht unbedingt Story-Relevanz hat. Ja, also ich weiß nicht. GTA hat, finde ich. Ich habe damals das Spiel mal gespielt und auch durchgespielt. Die Geschichte oder den Story-Modus. Ich fand den eigentlich, ich fand den gut. Mir hat er Spaß gemacht. Ich fand das eine ziemlich geile Geschichte. Auch lustig gemacht einfach. Also, ja, kann man mal machen. Empfehlung ist auf jeden Fall raus. Aber ich weiß jetzt nicht, wieso er da jetzt meint, dass das keine Geschichte hat. Aber gut. Das heißt, wenn ihr ein Spiel von mir sehen wollt, das eine Story hat, wie zum Beispiel Pokémon Schwert, was auf meiner Amazon-Wunschliste ist, oder ähnliche Sachen, dann könnt ihr euch immer am Dienstag einschalten. Wenn euch mehr die Gaming- und, wenn euch mehr die Lava-Streams und Reaction-Streams interessieren, könnt ihr am Donnerstag einschalten. Und wenn ihr einfach irgendwas sehen wollt, was euch interessiert von meinen Streams, dann könnt ihr am Dienstag einschalten. Am Donnerstag und am Samstag. Samstag aber, wie gesagt, nur alle zwei Wochen. Der Grund dafür ist das folgende in der kommenden Woche. Der Grund dafür ist die folgende Woche, die Kalenderwoche Nummer 3. Da geht es wieder los. Dragon Monday am Montag. Das ist dann der 11. Am 12. Das ist der Dienstag. Da gibt es einen Gaming-Stream. Wie gesagt, das Thema vom Spiel wissen wir in dieser Woche noch nicht. Dann wird es geben Metal-Genre-Video Pagan Metal. Das ist eine kleine Änderung am Mittwoch. Wie gesagt, ich werde das durchwechseln. Und der 13. Der erste ist ein Mittwoch. Und das wird der Pagan Metal-Genre-Video Tag. Oder Genre-Video. Da haben sich viele mal alle lustig gemacht, dass das Metal-Genre heißt. Das Metal-Genre-Video ist ein Format, bei dem ich euch erzähle, was zum Thema Metal ist. Welches Thema in diesem Fall Pagan Metal ist. Werde ich euch über Pagan Metal informieren und Zeichen, Leiterzeichen, Zeichen, Zeichen, Zeichen. Was? Was war das denn schon wieder? Informieren und Zeichen, Leiterzeichen, Zeichen, 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 Zeichen. Werde es vorher mit Leuten abklären, die ich kenne, die auch sich ein bisschen mit Musik und Metal auskennen. Und dementsprechend wäre das auch immer hoffentlich. Wir wissen alle, wie es ablaufen wird. Metal-Leute, hier ist eine CD, die habe ich ein paar Mal gehört. Ich kenne die Bands, war nur so ein bisschen schwammig. Warte, der Sänger ist... Oh, der wurde am 1.3.1973 geboren. Interessant, interessant, interessant. Ja, das war es auch schon. Richtig geiles Album. Komm, kauft euch das mal. Ach ja, und hier meine Amazon Wishlist. Oh, hier unten ist gerade, sehe ich gerade... Ich habe... Wollt ihr mir nicht ein neues Auto kaufen? Ich habe das hier mal bei Amazon gefunden, auf die Wishlist geknallt. Ich meine, vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht kauft ihr mir das ja. Wäre auch nicht schlimm, wäre nicht, aber ist nur eine Idee. Tschüss. Oh, Bildschirm ist schwarz. Hm, an dieser Stelle wollte ich eigentlich noch irgendwas erwähnen, aber ich habe es vergessen. Dumm gelaufen. Egal. Ach ja, und das letzte Video kam nicht, weil das Wetter schlecht war. Und, ähm... Nö, eigentlich habe ich nicht mehr zu sagen. Tschüss, verpisst euch. Ach ja, und die Scheiß-Hater mal wieder, ne? Was die hier wieder für einen Mist gebaut haben. Äh, die haben Scheiße gebaut hier vorm Tor. Ich weiß zwar nicht genau. Achso, nee. Äh, was war denn noch? Nee. Ähm... Die haben Scheiße gebaut hier. Ähm... Jetzt bin ich raus. Das kannst du alles hinterher rausschneiden. Ähm... Äh... Ja, es ist ja auch egal. Äh... Äh... Ähm... Ja, Medal of, ne? Tschüss. Genau so wird es laufen. Genau so wird es laufen. Als ob er sich da mit irgendeiner Band auseinandersetzt. Die verarschen die doch auch nur. Oder auch noch mit, ich sag mal, bekannteren Bands. Die meinen, böse Onkels sind die jetzt ja, sag ich mal, schon etwas bekannter. Und, äh... Als ob die ihm da irgendwelche Informationen geben werden. Oder sich da mit ihm einlassen werden. Also... Das ist ja schon auch eher Wunschdenken, was da an den Tag gelegt wird. Halbwegs vernünftig sein. Ich hab's mir schon soweit zurechtgelegt. Ich hab's mir schon mehrfach durchgelesen. Auch laut durchgelesen, dass ich's möglichst fehlerfrei vortragen kann. Und möglichst viel in die Kamera schauen kann, bevor ich auf meinen Zettel schaue. Ungefähr so, wie ich's auch heute mache. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser, wie ich's heute mache. Und das ist, wie gesagt... Das war grad schön, echt. Ungefähr ein bisschen besser, wie ich's heute mache, mit in die Kamera schauen. Eine Sekunde später guckt er aus seinem Blatt runter. Und kriegt es nicht hin, das richtig wegzuschneiden. Ehrlich. Der Plan. Das Skript ist übrigens schon fertig. Also ihr braucht jetzt nicht sagen, äh, ja, das macht das sowieso mehr. Wenn man in der letzten Sekunde wieder kaputt hat, das Skript hat. Das Skript ist fertig. Ich hab das Skript bereits vor zwei Tagen fertig geschrieben. Ja, hast du einfach den scheiß Wikipedia-Artikel rauskopiert und dir ausgedruckt. Tolles Skript, danke. Ich hab's dann nochmal ein paar Änderungen unterworfen, hab's noch ein paar Leuten vorgelesen, hab's nochmal ein bisschen geändert und im Moment ist es tatsächlich fertig. Ich stell mir das immer vor, wie er da irgendwelche Leute anschreibt. Ey, kann ich dir mal was vorlesen? So ein Wikipedia-Artikel? Ja, klar, warum nicht? Ähm, okay. Ähm, warte mal kurz. Äh, so. Okay. Dann, dann wollen wir mal. Ähm, ähm, ja. So, wie geht das noch mit dem Lesen? Genau. Buchstaben angucken, im Kopf verarbeiten und dann aussprechen. Ähm, ähm, ja. Böse Onkels ist eine von 1980 bis 2005 und seit... Zwei... 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 Deutsche Rockband. Die Band ist insbesondere wegen ihrer Nähe zum Rechtsrock in den frühen 1980er Jahren umstritten. Ihr erstes Album, Der Nette Mann von 1984, wurde zunächst als jugendgefährdende indiz... indiziert und kurz darauf beschlagnahmt komisches Wort, habe ich noch nie gehört von von mit T bist du noch da? Hallo? ist schon besser geworden, mein Lesen ja jetzt habe ich Korrektur gelesen, der hat mir das alles jetzt nochmal gesagt, wie es richtig geht glaube ich also er ist still, ich denke mal das war richtig so, ja wunderbar ja, dann kann ich das ja jetzt so vortragen, dann passt das Skript ist fertig, wunderbar ich brauche es letzten Endes wirklich nur aufnehmen also das kriege ich auf jeden Fall hin, da ich noch zwei, fast drei Wochen Zeit habe dann würde es geben am 14.1. einen Livestream labern, brauche ich denke nicht weiter erklären der 15. ist wieder ein Drache geht Video, da habe ich mir noch kein Thema überlegt, das werde ich zu diesem Zeitpunkt immer zeitnah entscheiden möglichst bloß am Anfang der Woche oder Anfang der letzten Woche, also der Woche vorher werde ich das dann immer entscheiden, was ich da mache für ein Thema oder halt, da kommt wieder ein Drache geht nicht ja, kleiner Witz an dieser Stelle ja, okay es wird einfach ein Video, wo ich einfach rumlaufen und euch die Gegenzeit muss man schauen hierzu übrigens, weil ich das jetzt schon kommen sehe, bei Drache geht braucht ihr euch keine Mühe zu geben hier bei mir vor der Haustür rumzulungern denn ich werde die Drache geht Video nicht hier vor Ort aufnehmen ich werde mit dem Auto irgendwo hinfahren wo ich mir denke, da ist es schön und da werde ich rumlaufen und es wird jede Woche woanders sein also wird es eher ein Drache fährt mit dem Auto irgendwo hin meddelt drei Meter vom Auto weg zeigt kurz die Umgebung steigt schnaufend wieder ins Auto ein und fährt wieder nach Hause Video so kann man sich anscheinend das Drache geht Format vorstellen, okay es wird vielleicht sein, dass mal irgendwelche gegen doppelt oder dreifach gezeigt werden aber definitiv nicht eine Woche nach der anderen es wird jede Woche irgendwo anders sein zumindest ist das der Plan genau, da werde ich nämlich im ganzen Umkreis hier sein ich werde mal in der Nähe von Fürth und Nürnberg sein mal in der Nähe von Erlangen mal in der Nähe von Linden, Markt Erlbach hinten Bad Bad Winsheim Richtung Würzburg hinter Richtung Neustadt Richtung ach überall im ganzen Umkreis werde ich mal rumfahren und werde noch mal ein bisschen was zeigen dann seht ihr mal ein bisschen mehr von Franken das ist auch der Sinn des ganzen Formats unter anderem dann und jetzt kommt nämlich der Clou warum es diesen Samstag Franken, ihr könnt euch freuen, der Drache kommt zu euch also natürlich nur mit dem Auto und steigt auch nur 3 Meter aus dem Auto aus aber er kommt zu euch ihr könnt euch freuen also am 16.01. keine Livestream gibt am 16.01. am Samstag wird es nämlich ein Projekt Brot und Brötchen Video geben okay, das notiere ich mir mal im Kalender 16.01. heute in einer Woche soll also ein Brot und Brötchen Video kommen ich lasse mich überraschen okay da kommt genau nichts Projekt Brot und Brötchen werde ich in Zukunft meinen Mädels überlassen dass die mir irgendein Brot aus dem Buch das ich habe raussuchen soll das jetzt gerade verdeutlichen wie dick dieses Buch ist oder was war das jetzt gerade wieder für eine Geste aber alles klar die Mädels wieder aber wir wissen es ja die Mädels suchen das aus dem Buch raus hat er recht in diesem Fall seine Hände nämlich die blättern die Seiten um und dann patscht er mit den Händen auf irgendeine Seite und da ist es dann halt das Rezept wie man Brot schmiert was ist denn das da für ein Buch was der da hat der große Brotduden 1000 Stullen für ihr Glück oder was ist das für ein komischer Almanach da der große Stullen Almanach ihr Glück auf dem Brot ohne und mit Butter sie haben Wurst wir haben Brot versuchen sie es oder irgendwie so keine Ahnung Butter Brote für Dummies oder ich weiß es nicht also es kann Mann wieso zeigt er denn das Buch nicht das würde mich jetzt wirklich mal interessieren was das für eine Schwarte ist also als ob es da irgendwie so ein Lexikon zu Brote schmieren gibt oder also ich google das jetzt einfach mal Lexikon Brote schmieren gucken wir mal ne da gibt es nur Brote also wie man Brot backt aber nicht wie man Brot schmiert vielleicht belegte Brote belegte Brote Shopping gibt es da was tatsächlich es gibt wirklich ein Buch ich blende das mal ein ist das geil dick aufgetragen neue Ideen für belegte Brote über 60 Rezepte für Stullenschnitten Sandwiches Wesperbrot und Pausenbrote genial ja vielleicht hat er das ja und dann die Deluxe Ausgabe oder so keine Ahnung aber ich habe jetzt in dem ersten Monat noch keine Chance gehabt mein Mail des Buchs zu zeigen und deswegen habe ich noch nicht die Gelegenheit gehabt dass sie sich das raussuchen können deswegen werde ich es im Januar noch mal selbst erledigen deswegen habe ich mir überlegt wir werden mit einem richtig schönen Brot anfangen und zwar werden wir mit einem sogenannten Club Sandwich mit Salamas mit was? Salamas? Salama Werder ne Werde anfangen und das wird das erste Projekt Brot Video im neuen Jahr sein jetzt ist die Frage die sich bestimmt viele stellen ja du wolltest Projekt Brot und Brötchen ja nur für Mitglieder machen kommt es dann überhaupt für alle? ich weiß es noch nicht das kann ich euch leider nicht sagen kommt vermutlich nur für die Mädels ich das im Moment immer noch nicht weiß ich tendiere dazu es für die Mitglieder zu machen oder es wird eines dieser Formate ich finde das nach wie vor so geil diese Geschäftsidee nur für Mitglieder bezahlst du da Geld um einem Zwei-Tonner zuzugucken wie er sich Brot schmiert und dafür bezahle ich Geld also wo leben wir denn hier sag mal da muss man eigentlich jetzt müsst ihr echt mal eine Zeitkapsel gehen und irgendwem auf der Straße erzählen glauben sie dass man in 50 Jahren einem Fettklops im Internet Geld dafür bezahlt dass ich ihm zugucken darf wie man sich ein Brot schmiert ja dann bist du doch in die nächste Klapse eingewiesen wenn du das irgendwem sagst aber heute ist das Realität wir müssen mal langsam auswachen hier das ist doch nicht mehr also ja Hurra sag ich mal das wird ich in Zukunft auch öfter mal versuchen was ich erst für die Mitglieder und dann für alle freischalte was aber schwierig ist weil dann viele versuchen werden ja aber bei den Hatern kriege ich es früher weil einige Hater haben dich abonniert und die laden es bei sich erst hoch also warum sollte ich auf dich warten wenn ihr auf mich wartet habt ihr nichts davon außer der Gewissheit dass ihr mir damit einen riesen Gefallen tut oder ihr abonniert meinen Kanal und unterstützt mich auf die Art weiß ich sogar noch mehr hat er gerade gesagt wenn ihr auf mich wartet habt ihr nichts davon ich glaube das ist die wahreste Aussage die er je gebracht hat es ist letzten Endes die Frage eures Gewissens und eurer Idee ob ihr das möchtet oder nicht ich hoffe und appelliere einfach an eurem Verstand und an eurem Gewissen und an eurer guten Menschenkenntnis obwohl wahrscheinlich viele mich aufgrund des ganzen Zeugs was im Internet steht sowieso verachten kann man nicht ändern ja kann man nicht ändern hätte man ja auch mal nicht ins Netz rotzen sollen deine Aussagen da außer man versucht das gut die Kalenderwoche Nummer 4 und da werden wir jetzt brauche ich eigentlich nicht groß weiter drauf eingehen weil es im Prinzip wiederholt sich einfach nur Montag Dragon Monday Dienstag Livestream mit Gaming wie gesagt das Format wissen wir noch nicht dann der Mittwoch ist wieder interessanter da gibt es nämlich dann 4 Drachen in der Schanze die Erschaffung auch hier arbeite ich bereits am Skript das ist noch nicht ganz fertig ok das wird interessant auch daran arbeite ich und da habe ich noch 5 Wochen Zeit dafür kriegen wir also hin oder 4 Wochen auf jeden Fall habe ich noch mehr als genug Zeit dafür wird auf jeden Fall daran gearbeitet es wird auch eine kleine Hommage an die erste Folge 4 Drachen und der Metal ui Hommage Mensch Rainer was ist denn das Wort hier erstaunlich nicht schlecht sogar richtig gesagt mit ja die Erschaffung es wird einen kleinen Rückblick geben aber ich möchte nicht genauer erklären was Sache ist es ist nur soweit es ist kein Remake von dem ursprünglichen 4 Drachen in der Schanze die Erschaffung sondern es wird tatsächlich einfach schlicht und ergreifend ein neues Video sein mit 4 Drachen in der Schanze wo ich dann neu anfange und das Format heißt bewusst 4 Drachen in der Schanze und es kommt bewusst am Mettwoch kannst du auch wieder ein Meme draus machen er regt sich darüber auf dass Leute die sein Haus da die Schanze nennen und jetzt macht das selber er band Leute auf dem Discord dafür dass sie sein Haus Schanze nennen um noch ein Beispiel zu nennen und jetzt nennt das selber Schanze bekloppt aber ja so soll auch ein bisschen zeigen dass ich über mich selber lachen kann kannst du nicht konntest du noch nie ja und vor allem dann geht es natürlich weiter mit dem Livestream zum Labern am Donnerstag das wäre der 21. am 22. ist es wieder Drache geht immer noch kein Thema wie gesagt das kommt dann noch und am 23. 1. wieder ein Gaming Stream wie gesagt das wird dann wieder ein Random Gaming Stream die Kalenderwoche 5 brauche ich denke ich jetzt nicht bloß erläutern ihr wisst es bleibt nur ein Format übrig es wird kommen am Montag The Dragon Monday am Dienstag Livestream mit Gaming dann wie gesagt das ist ein spezielles Thema Time of Metal da habe ich mir die Let's Dance Tanz rausgesucht also ihr seht ich habe sogar schon die Idee für die CDs Let's Dance Tanz mit dem Album Liebe im Krieg vielen Dank übrigens an dieser Stelle für dieses Album das hat mir nämlich ein Zuschauer geschenkt von meiner Amazon Wunschliste vielen Dank wäre eine verirrte Seele die nicht wusste wohin mit dem Geld vielen lieben Dank spendet es lieber an Tierheime oder an irgendwelche Hilfsorganisationen die wirklich was mit dem Geld anfangen können wenn man nicht weiß wohin mit der Kohle dann tut doch was Gutes damit mein Gott auf der Liste werden übrigens das ist meine private Liste aber die werden hier und da wahrscheinlich auch noch auftauchen für verschiedene da werden noch öfter CDs auftauchen meine ich für verschiedene Videos eventuell aber die werde ich auch privat nutzen deswegen bleiben die auf der privaten Liste und nicht extra fürs Video wenn ihr also mal reinguckt kriegt es auch da mal was so dann gibt es natürlich den Livestream zum Labern am 28. das wäre dann quasi heute in einem Monat am 29. mit der Drache geht ohne Thema im Moment noch bleibt aber nicht so und der 30. 1. 2021 wird dann sein Projekt Brot und Brötchen bei diesem Format wird es dann darum gehen dass wir Eier Schinkenströde machen das dürfte auch interessant werden sind jetzt momentan recht einfache Projekte noch für Projekt Brot und Brötchen aber ich habe mir auch schon überlegt wie und was ich da am besten aufnehme und habe mir auch ein danke nochmal dafür übrigens auch danke übrigens nochmal dafür auch an dieser Stelle ich habe mir tatsächlich extra auch ein Tischstativ auf meine Amazon Wunschliste gepackt die ich bereits bekommen habe der holt sich da als Equipment andere holen sich ein Stativ um keine Ahnung irgendwelche extremen Outdoor Fotografien zu machen oder was weiß ich irgendwelche Actionfotografie vor allem Sport oder irgendwas Aktives und er will sich ein Stativ holen damit er sein Brot filmen kann was er belegt also es es ist echt also nee also manchmal denkt man ich mal ist hier im falschen Film oder das ja nee also man kann gar nicht so oft das kannst du dir nicht mehr ausdenken sagen aber es ist halt so man kann es sich nicht ausdenken was ist nee weiter bitte deswegen dankeschön und dann kann ich auch besser das aufnehmen ja genau sonst kann man ja nicht ein Brot man kann es sonst nicht man braucht ein Stativ dazu um zu zeigen wie man sich ein Brot schmiert man also es wird auf jeden Fall richtig cool auch mit den am besten setzt du noch ein paar goldene Messer auf die Wischlist und ein scheiß Schneidebrett aus Elfenbein oder was weiß ich Mann also langsam reicht es dann auch mal Settings dann besser das wäre mal die Planung für den Januar wie gesagt erst einmal nur der Januar nicht für Februar nicht für März nicht für was egal was sondern erst einmal nur für Januar das Ganze wird sich dann vermutlich jeden Monat so wiederholen ja das haben Monate so an sich willkommen im Jahr 2021 meine Güte Februar muss ich mal gucken wie ich das mache entweder es kommt im Februar dann entweder kein Time of Metal oder ein Video weniger von den vier Videos weil wir ja vermutlich etwa eine Woche weniger haben oder knapp eine Woche weniger das muss ich mal genau checken noch schön dass du erkannt hast dass der Februar ein paar Tage weniger hat als ein anderer Monat aber ich darf die spoilern das ist keine ganze Woche oh Mann aber das wird dann soweit erst mal im Februar noch erklärt werden beziehungsweise im Ende Januar spätestens werde ich es euch auch nochmal erklären beziehungsweise aller spätestens Anfang Januar dann danke ich euch jetzt fürs Zuschauen ich hoffe ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei ich hoffe der Dragon Monday hat euch gefallen würde mich freuen wenn ihr ein Like da lasst wenn ihr abonniert wenn ihr mich unterstützt gegen die Hater wenn ihr auf die Art und Weise ein Zeichen gegen Mobbing setzt auch wenn das wahrscheinlich eine dämliche Aussage ist ich muss mich jetzt noch ins Schneiden machen und danke fürs Zuschauen euer Drache haut rein und bleibt scho warte kurz das sind noch drei Minuten Rest also wie immer das Ende kennen wir es wird jetzt ein schwarzer Bildschirm kommen er bleibt schwarz und dann wird noch irgendein belangloser Scheiß kommen und dann war es das wieder ciao so Leute ich habe mir gedacht wir machen heute mal ein Klatscher nee wir machen heute mal das ganze Video ist ein Outtake also bitte aber okay damit habe ich jetzt nicht gerechnet schauen wir mal ein Outtake Video mit rein ich weiß nicht ob das gut ankommt war jetzt nicht so mega krasse Outtakes aber ein paar kamen zusammen das ist bestimmt noch mal so 2-4 Minuten Material könnt ihr gerne mal reinschauen sagt mir bitte eure Meinung in die Kommentare da mittlerweile die Kommentare regelmäßig auch gecheckt werden sollte da auch ein bisschen ruhigere Stimmung herrschen als sonst danke fürs Zuschauen ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und noch viel Spaß mit meiner Dummheit tschüss heute haben wir insgesamt drei Themen damit ist der Dragon My heute insgesamt drei Themen damit ist der Dragon My oh Gott heute drei die zeigt doch mal wie das ist wenn das nicht schneidet oder wie es wirklich ist wenn er da sitzt ich meine das ist so schon schlecht geschnitten aber meine Güte wie oft er das schneiden muss bei so einem scheiß Wort oder so ein Satz Themen insgesamt ist der Dragon My damit zwei Themen kürzer zwei Themen zwei Themen Timmy Timmy das ist scheiß kannst du dir die aussehen und das kommende Jahr wir haben dieses Jahr nimm dich mal mit zusammen oh man so und der Tisch quietscht wie die Sau geplant war letzte Woche ja der Dragon Monday und das Video für Heiligabend wo ich den Stream gemacht habe also nicht das Video sondern der Stream für Heiligabend wo ich Heiligabend einen so geplant war letzte Woche auch noch der Dragon Monday der kam ja auch und auch das Video beziehungsweise der Livestream für Heiligabend neben den Videos das könnte jetzt aber auch ein normaler Ausschnitt sein also das ist so das ist ich weiß nicht ich habe so inhaltslosen Plunder habe ich eigentlich noch nie gesehen ich weiß nicht du guckst dir das an also diesen Satz jetzt eben du guckst ihn dir an und du hörst ihn dir an und ich glaube ich könnte mich jetzt irgendwo in der Universität sitzen und vorne diesen Satz abspielen und kein einziger der Leute die dort sitzen könnte mir sagen wie der Inhalt dieses Satzes ist also ich finde es ist eine Leistung mit Wörtern einen gar nicht mal so kurzen Satz eigentlich zu erstellen der so inhaltslos ist und so belanglos ist das ist unglaublich also das kriegt auch nur er hin irgendwie so weiß ich nicht ich kann jetzt nicht sagen warum es in dem Satz wir hören uns den jetzt nochmal an also wir versuchen es ist einfach so unerträglich einfach mal gucken ob wir es schaffen so und der Tisch quietscht wie die Sau jetzt geht es los glaube ich geplant war letzte Woche ja der Dragon Monday und das Video für Heiligabend wo ich den Stream gemacht habe also nicht das Video sondern der Stream für Heiligabend wo ich Heiligabend einen so geplant war letzte Woche auch noch der Dragon Monday der kam ja auch und auch das Video beziehungsweise der Livestream für Heiligabend neben das ist ganz großes Kino also ja klar Inhalt ist ja Dragon Monday kam am Jahr am Montag und jetzt hier noch irgendwie der Livestream für Samstag also Heiligabend in den Videos fürs nächste Jahr sind fürs nächste Jahr auch geplant dass ich meine Küche mache und meinen Gang streiche das gilt für unten und für oben das könnte gefährlich werden nee Spaß beiseite also es wird dir nee ich möchte mich tatsächlich weltweit dieser Blick allein schon das könnte jetzt auch einfach der Postbote sein der da langfährt Alter was für eine Gefahr da draußen ist Alter sagt mal rauf runter rauf runter was ist denn das ich stehe mir den gerade vor wenn er an der Stadt wohnen würde an so einer schönen belebten Kreuzung ey der wird die ganze Zeit aus dem Fenster bölken und hier liebe Freunde sehen wir ein Bild des Rainer Winkler wie er in der Schule gesessen hat so kann man sich das ungefähr vorstellen 2021 koloriert zum Wochenplan das bedeutet am Ende vom Monat will ich insgesamt 12 Folgen haben von jede zweite Woche soll kommen da habe ich mir überlegt wir werden zu den bösen Onkels Headbanken oder ich werde zu den bösen Headbanken zu den bösen Headbanken Onkels ich werde zu den dann haben wir am und wenn ihr einfach irgendwas von mir sehen wollt vom Stream könnt ihr am Dienstag am Donnerstag Projekt Brot und Brötchen würde ich ja meine Dummheit kennt kennt keine Grenzen XP ciao jo ebenfalls danke und frohe Rüstern so das war aber anstrengend heute ich also die die werden ja immer länger diese Dragon Mondays ich glaube der letzte könnt ihr euch auch schon mal wieder freuen das wird auch wieder ein längeres Video werden was ich hier naushauen werde der letzte Dragon Monday ging jetzt ja auch schon wieder 43 Minuten alles klar und das wird immer länger und länger und länger und irgendwann sind wir da der ganze Montag ist jetzt einfach ein einziger Stream oder ein einziges Video und dann sitzt er da 24 Stunden und verkündet irgendeinen Blödsinn aber ist ja jetzt auch egal also anstrengendes Video heute ja ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Beruhigungstee und ja macht's gut Leute bis zum nächsten Mal und munter bleiben bis zum nächsten Mal